Ich habe das Spiel gestartet und man wird halt gleich reingeworfen. Dann habe ich gleich Escape gedrückt und bin ins Menü und im Hintergrund läuft das Spiel anscheinend weiter. Und hier schießt ganze Zeit über uns in MG und ich fasse die Soundeinstellung an. Oh Mann, er macht ganze Zeit... Das ist ein großer Porno, ja. Oh Mann, ist das dramatisch. Der erste Zombie, den ich sehe. Oh. Oh, getot! Alter! Was, was, was? Ich verkack schon beim ersten Zombie, man. Yo. Mist! Mist! Likopter explodiert fast Mist! Mist! Festhalten! Wie die da gucken, ey. Die Kamera. Wieso benutzen die beim Secret Service eigentlich eine Kamera? Warum haben die so einen hässlichen Filter drauf, ey? Kuh, ne? Guck mal! Ja! Wie ich glaube, das aussieht! Oh je! Hören wir auf? Oder... Okay, noch einmal. Einmal noch! Ja! Jetzt rückwärts! Das geht nicht! Meine Tochter! Sie ist ganz allein! Das ist auch... Wenn ihr nichts tut! Okay. Verstanden. Der beißt mich! Sie können ihr nur helfen, wenn sie leise sind. Haben Sie kapiert? Mh-mh. 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 Was ist? Sprech mal deutlicher! Mh-mh. 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 Huch! Oh Gott! Oh Gott! Helena, alles gut, ich bin da. Sie haben Angst. Wieso geh ich denn jetzt? Ah, okay. Die Ratte ist ihm gegen den Schuh gelaufen. Und dann umgedreht. Er hat das Licht ausgemacht. Oh! Man kann schießen. Au! Au! Laberkai, das Damage kommt. Ja. Wir müssen sie binden. Das macht doch kein Scharreden. Folgen Sie uns. Boah, Junge. Diese Kombos. Oh! Oh! Ja! Der Typ suche seine... Der Typ suche seine Tochter. Wilklob muss erstmal gegenseitig. Ich kann gar nichts machen, Mann! Ja! Da steh ich drauf! Ja! Ja! Oh! Oh! Okay, gib mir Rückendeckung, ja? Ja, ja! Ja, komm! Ich zeig noch weiter... Was machst du denn da, ey? Geh die Tür und drück V, Mann! V, Mann! Ja! Die Tür und drück V! Helena! Ja! Hier drücken! Ach! Jetzt muss ich auch noch da hin! Ja! No! So klar! Ist das Liz? Ne! Liz! Ach doch! Vorwärts! Der Aufzug ist da vorn! Vorwärts! Vorwärts! Wie machst denn du das? Vorwärts! 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 Nicht jetzt! Vorwärts! Später vielleicht? Später vielleicht? Später vielleicht? Ja klar, wir haben Zeit! Lass uns das nachher machen! Nicht schlecht! Hier drüben! Vielen Dank! Jetzt wird das schon laut! Helena! Vielen Dank! Hier drüben! Hier drüben! Nicht schlecht! Danke für die Hilfe! Mir noch! Ja! 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 Was wird Edel jetzt? Die werden beide zu Zombies, Mann! Ich knall die Tussi! Also, ich knall sie weg! Ja! Ich knall jetzt den Typen! Weg! Oh! Hilfe! 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 Sie ist schon tot! Was ist denn da? Ja! Keine Ahnung! Die ist nicht auf mich! Die helft dir! Schieß! Schieß! Nice! Boah! Ich musste noch zielen! Äh! Auch das noch! Guck mal, ich hab ein Messer! Junge! Ich bin ja voll konzentriert! Aber das ist ein schönes Messer! Das ist ein schönes Messer! Das ist ein schönes Messer! So, aber tut das dir weh? Nein! Waaah! Sa! Alter! Der hat mich! Der hat mich! Hoito! Hoito! Easy! Schicke raus! Boah! Boah! In Hötergrund kommt doch schon einer! Der ist, glaub ich, in 20 Minuten auch da! Guck mal, der sagt dir mal Bescheid! Dann los! Dann los! Dann los! Ich hab' mir aus'm Arsch gezogen! Hast du's nicht? Mit dem Ausrat? Dreh mal! Wieso hast du ne Pumpe?! Ha 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 ha! Woher hast du ne Pumpe, man?! Tja! Fairness, ne? Okay! Aber da sind nur drei Schuss... Wir machen den Kampf! Pumpe gegen Messer! Drei! Zwo! Eins! Let's go! Uiah! Ha ha ha! Au! Na, Junge! Schieß! Schieß! Schieß ihn weg! Ja, nice! Nochmal! Nochmal! Nice! Bis er platzt! Das muss platzen! Das muss knallen! Oh ja! Helena! Oh ja! Ich spreng uns alle in die Luft! Ich spreng uns alle in die Luft! Gib das bitte auf, man! Hier, ich fahr! Was? Bist du drin? Mist, kein Schlüssel! Ja! Oh, ich muss die Schlüssel suchen! Äh, links! Rechts! Ich suche ja! Was? Achso! Vielleicht im Handschuhfach! Guck mal im Handschuhfach! Kannst du da mal mitsuchen? Nichts! Ich drachen! Moment! Ah, ich hab ihn! Er klemmt... Oh, oben! Hinterm Ding! Alter, die Quicktime Events hier! Maustaste, rechte Maustaste! Ja! Hinterm Ding! Moment! Keiner Sportplatz! Hahaha! Junge! Was für du dies, ey! Hahaha! Boah! Michael Bay! Au! 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 Guck mal hier! Ich mach das! Warte! Guck! Sein Gesicht! Sein Gesicht! Stehen geblieben in der Luft bei mir! Bei dir auch! Mach doch mal! Siehst du zu! Aber ich kann sie von innen öffnen! Ja, dann mach doch! Ich will mich... Und was siehst du? Zombies! Der hat auch Spaß! Der da! Spaß für ne Magen! Meinst du, ne Axt kostet nur ne Magen? Äh, ist ein Hammer! Oder ist das ne Axt? Warte mal! Ist ein Hammer! Mit ne Axt vorne dran! Ich glaub, der repariert den... Ähm... Ach so! Ja, der ist dafür da! Das ist der Repariertzum! Fahrer! Das schaust du! Wir reparieren echt nur! Ich glaube nicht! Guck mal! Der will mich gar nicht töten! Der repariert wirklich! Mach mal schneller! Oh man! Steh den nicht! Hahaha! Jetzt reparier ich hier mal! Schreifen! Hahaha! So, seid ihr da! Wir müssen die Wand wegdrücken! Bitte machen Sie auf! Warum machen Sie nicht auf? Warum? Ich kenn dich doch gar nicht! Hahaha! Guck mal wie der redet! Es ist ein Foto und du denn? ...auf den Angriff einer unbekannten Organisation! Grüßen Sie! Was ist das denn? Die Behörden gehen mit äußerster Vorsicht vor! Hahaha! Hahaha! Hahahaha! Alter! Was? Was ist das? Hahaha! Der ist voll durch uns durchgerauscht, Mann! Der Wagen! Lol! Hä? Was ist passiert? Schießt auf das Benzin! Nein! Wir fördern Sie ins Jenseits! Boah! Hilfe! Ich trafe alle Infos über die Kathedrale! Wir sitzen die Schlipsträger im Nacken! Schlipsträger? Nacken! Widerholt er eigentlich alles! Hahahaha! Ich bin der Schlipsträger! Nacken! Umbrella! Hahaha! Hahahaha! 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 Bis zum nächsten Mal.